Aber kann man drumrum spielen. Ich bin mal gespannt, wie er, in welcher Form er jetzt gerade ist. Letzter Zeit auch schon mit seinem Secondary einfach zu viel für die meisten. Oder für alle. Ja, gerade. Frist auf jeden Fall. Big Damages. Hat, äh... Aber Ike ist auch relativ schwer, oder? Ja. Auf jeden Fall einer der schwereren Charakter. Ich glaube, so an der Grenze zu Super Heavy. Ist schon ziemlich schwer. Ist jetzt kein K.R.U.L. oder ein DDD, aber... Schon fast ein Gahndorf. Oh, es ist ja vorhin ein ziemliches Mismatch gesehen. Gahndorf gegen, glaube ich, Wolf oder Fox war das. Und der Gahndorf war halt einfach viel zu langsam. Gegen welchen K.R.? Äh, äh, Wolf oder Fox war das, glaube ich. Ja, also schwierig. Okay, also hier doch der erste Stock an SDN. Nachdem es anfangs gut aussah. Ja, genauso bei 160 ist meistens so die Grenze. Wenn du da irgendwie in der Luft gecatcht wirst von der Dose, wirst du weg. Und, äh, bei dem... Im Matchup von SDN gegen Beißel sieht man auch immer, ähm, Beißel fügt sich viel mehr Schaden zu durch die eigene Dose. Also dadurch, dass SDN nah an ihm dran steht. Okay, das könnte jetzt Big Damage sein. Oh, ja. Oh, Mann. Kurzes Ping-Pong mit sich selbst. Oh, was für ein Damage. Oh, Mann. Das nimmt ja gar kein Ende. Ja, und, äh, Beißel versucht auf jeden Fall schon so alles. Also, diesen Move, den wir eben gesehen haben. Den Call-Out-Move mit dem nach vorne laufen F-Smash. Aber, ähm, da waren wir in einer ganz anderen Situation. Oh, das hätte es sein können. Ähm, ein bisschen... Oh, schön. Mhm. Ja. Ja, das ist Microspacing. Wurde dann nicht irgendwie von der Dose noch gehittet oder so. Jetzt gerade macht er ordentlich Tempo. Also jetzt... Wow. Okay. Kombo. Weggekombot von SDN. Das sehen wir selten. Nice. Das, äh, ging mal fix. Ja. Jetzt wird noch das Lied ausgesucht. Ja, wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ich meine, im Endeffekt, ich sehe jetzt bei keinem von beiden Kopfhörer. Ich weiß nicht, ob die da gerade überhaupt Sound haben. Aber... Muscle Memory. Einfach. Man macht es einfach, ne? Von Wert, also... Ja, weiß er dann wahrscheinlich, ne? Was hat er da gewählt? Best Battles... Ja, genau. Das ist so Side Brawl. So die Geschichte, die sie eigentlich immer nehmen. Diese Subraum-Emissär-Musik. Good times. Okay, dann wollen wir mal schauen, ob es was bringt für Beiße jetzt im Moment. Ich würde sagen, es sieht schlechter aus als im Game davor. SDN... Er hat auch gerade die eigene Buse fressen müssen, oder? Okay, da hat ihn da ein bisschen weggespiked, aber on stage. Beide hochkonzentriert in den Player-Camp. Keine Regung. Ich habe das Gefühl, SDN kann Beißel ganz gut lesen. Ja, er ist auch einer, der seine Wads analysiert. Also... Zusätzlich zur guten Reaction-Time und super viel Erfahrung. Wird er halt auch wirklich stetig besser, weil er sich die ganzen Match-Ups nochmal anguckt. Also bei ihm merkt man wirklich, dass es funktioniert. Okay, ja, schöne Back-Air. Aber selbst mit dem Sweet-Spot, kein Kill in Sicht. Da muss er schon irgendwie was an der Edge machen. Mit einem Charakter wie Bar... Hier... Ike. Ja, jetzt wird... Ah, okay. Nevermind. Uh, gefährlich. Oh, und das war der... Ja, das ist, weil er gejumpt ist, ne? Also, Tech-Jump. Der killt so manche Leute. Vor allem, wenn man keinen Jump hat. Ja, ein seltener Fehler von SDN. Den mache ich andauernd in den Trailer. Okay. Aber es gibt auch einen Grund, warum ich hier sitze und nicht hier... Und nicht auf der Player-Camp zu sehen muss. Okay, Back-Air klärt. Es bleibt sehr close. Also, Beißler hat schon Schwierigkeiten, da irgendwie eine Lead zu halten gegen SDN. Der findet früher oder später eigentlich immer irgendwie noch einen Kill-Move. Und sehr aggressiv spielt er gegen Beißler. Er muss schon noch aufpassen. Ja. Aber scheint ja ganz gut zu funktionieren im Moment. Gerade, weil... Weil Ike ja auch gar nicht so eine krasse Recovery hat, ne? Ne. Also, man kann sie gut mix-uppen, aber die ist schon ziemlich linear. Oh, so aggressiv einfach. Und der Air-Dodge. Oh, er kommt ran, okay. Jetzt nicht erwartet. Okay, ja. Beißler hat noch versucht, ihn da irgendwie wegzuspiken. Ich meine, das ist ein Two-Stock, ne? Also, irgendwas muss er ja machen. Jetzt im Moment sieht das nach... Ja, 3-0 and a Handshake aus. Ja, vielleicht lässt sich Beißler ja doch nochmal was einfallen. Vielleicht sehen wir ja einen Banjo. Oder eine Piranha-Plant. Der hat lauter so eine Charaktere. Die ganzen Charaktere, die sonst kaum jemand spielt, oder wie? So mit Projektilen und keine Ahnung. Lustige Charaktere halt. Schauen wir mal. Ja, klar bleiben wir bei Duckant. Keiner seine Charts ist auf dem Level. Hero könnte er mal... Also, wenn er Hero auf ein gutes Level bekommt, ich weiß, dass SDN nicht so gerne gegen Hero spielt. Wäre vielleicht mal eine Option für die Zukunft dann. Hope ist auf jeden Fall auch sehr gut gegen unsere Region. Also, der kann so gut gegen Duckant oder gegen Beißel zumindest spielen. Und auch, naja, gegen SDN auf jeden Fall gute Chancen zu gewinnen. Hat auch Matarek besiegt hier. Also, der beste Spieler Deutschlands. Das ist jetzt natürlich schon eine Weile her, aber... Auf jeden Fall beeindruckend. Damals war er auch schon so Top 2. Okay, also... SDN hat richtig Bock, aggressiv zu spielen heute. Feier ich auf jeden Fall. Auch ein bisschen dominanter noch als sonst. Also, eigentlich ist es gar nicht so gut, defensiv gegen Duckant zu spielen. Am besten nur so viel wie nötig. Eigentlich muss man den einfach zerlegen. Okay, what? Was? Das war... Habe ich noch nie gesehen, sowas. Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Oder was dein Gedanke dahinter war. Okay, also, kleine Lead gerade für Beißel. Die ist wahrscheinlich mit dem nächsten Hit auch schon wieder vorbei. Aber ja, vielleicht ist das auch die erste... Ne! Keine Chance, da einfach noch einen Prozent zu machen irgendwie. Okay, aber jetzt direkt. Jump könnte weg sein. Jump ist weg. Oh, ja, das hätte er erwarten müssen, aber. Das hätte er erwarten müssen, dass da der Air Dodge kommt. Der Jump war weg. Da hätte er auf jeden Fall noch ordentlich Schaden machen können. Jetzt gerade wieder offstage. Und SDN macht das halt smart, ne? Jetzt ist ihm auch egal, ob er tradet oder nicht. Er ist heavier als Duckant. Oh! Ne, on the back air. Fast gekillt. Und weiter sehr aggressiv von SDN. Er trifft ihn auch einfach mit der Dose nicht, ne? Ne, also, SDN weiß einfach, wie er gegen Duckant zu spielen hat. Gegen die ganzen Projektile. Die Knight hier praktisch alles, was Beißel macht. Auch da wieder, also. Die meisten Leute bleiben im Schild stehen, springen danach oder so. Wir droppen das. Er ist einfach rausgerollt. Schwierig. Ja, seine Choices sind auf jeden Fall mal sehr gut. Oh, das killt. Okay. Beißel wirkt auf jeden Fall auch so ein bisschen desperate. Ich weiß nicht so ganz, wie er hier gegen spielen soll. Und ich würde ihm auf jeden Fall raten, Charakter hier Watt-Analysis zu machen. Weil, ja, das ist schon ziemlich flawless hier gerade von SDN. Oh, und das ist die alte... Wie heißt die Musik? Auf jeden Fall vom ersten Smash. Gegen diese Polygon-People. Oh! Oh, das Schild ist auch schon fast weg. Das ist jetzt ganz wichtig, dass Beißel hier gerade unten... Ja, er kriegt endlich mal den F-Smash. Das ist in dem Match-Up auch sehr wichtig, dass man denen einfach, also die Abi, punishen kann. Ja, hat er mal geschafft. 60 Prozent. Ja, er kann halt auch nicht einfach nur rumstehen, ne? Und, okay, kommt noch ran, wird hier nicht weggespiked. Wie wichtig jetzt hier gerade steht, schon 2-0 hier für SDN. Ja, gerade so ein bisschen. Nicht am Ende des Tunnels für Beißel, aber Dose ist schon zu weit weg. String bricht ab. Oh, Fastfall-Fehler von SDN. 81 Prozent, aber wir wissen ganz genau, dass Beißel ungefähr das Doppelte braucht, um SDN zu killen, wenn er keinen F-Smash bekommt. Und jetzt gerade muss Beißel auch sehr vorsichtig sein, on Stage, dass er keine Dash-Attack-Up bekommt. Wird nämlich auch schon killen. Oh, aggressiv, aggressiv. Oh mein Gott. Was macht man in der Situation? Guck mal, Beißel... Er hat keine Ahnung, er hat sich da gar nicht mehr herangetraut. Okay, also 3-0 hier für SDN. Die Nummer 1 bleibt Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle schon mal. Natürlich hat... Natürlich hat... Natürlich hat...